hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einem neuen video heute mal nicht direkt im mx-vlog. Heute geht es nämlich nach... wo ist es nochmal? Schmelz. Ah stimmt doch Schmelz, da waren wir nämlich schon mal. Wir holen nämlich heute mal die neue Maschine von meinem Vater beim Bruder Schmidt wieder. In der Busquane hatte der da. Baujahr 2019 FC 450, ja genau. Ja, die holen wir heute ab beim Bruder Schmidt. Da müssen wir jetzt noch 286 Kilometer, drei Stunden fahren. Moja. Es war übrigens gerade 6 Uhr 3, also vor 20 Minuten bin ich aufgewacht auch. Jetzt erstmal die Fahrt. Bitte rechts abbiegen. Überstehen, Alter. Abschneiden soll ich mich vielleicht auch noch... Ah! Ja, wir sind da, Leute. Wir sind da. Boah, shit. Bis gleich für die Maschine. Da ist er, ey. Maschallah. Krampel? Ja, mach es. Ey, ey. Ich geb ihm alle. Zu dumm, als ich bin, wie sie abgezutschieben. Und? Hast du die Rampel schon? Alles zu ready, ey, ey. Ja. Ey, so. Jetzt kommt dollen und fallen auch wieder drastern. Ganz schön Tea. again Hart Warte kurz. Es geht mir immer schon, momentan. Ja, bitte. eigentlich geht es mir immer noch nicht. Rass. Really? Ja Denn ich glaube Schuss und 52 Ich kann den Namen nicht lesen, ach scheiß drauf, also mach mal runter, mal gucken ob du es nicht bekommst. Zeig mal deine Bauchmuskeln jetzt, wie du das runter drückst, alright oder was bei dir? Boah, das ist ja eh zwei Unterschiede, ich meine das, ich gucke mal meine Schrauben auch rein, ja mal schauen, also ich dokumentiere das jetzt hier ein bisschen, wie du das machst, wollte ich nur kurz sagen. Ja. Warte mal, irgendwo drüber drüber? Ja, warte. Maschallu, Maschalli, Maschallei. Also. Also. Ah. Ah. Maschallu, da sind wir endlich. So Leute, jetzt sind schon ein paar Tage vergangen und ja, mein Dad hat schon ein bisschen was Aber ich muss sagen, wie geht es jetzt erstmal raus. Dann gucken wir uns die Maschine nochmal an genauer. Da hinten steht das gute Ding. Ja, mein Dad hat über den alten Namen jetzt so Sticker drüber gemacht. Einmal hier Movic, auf der Handlungsseite genau das gleiche. Und hier oben Kossack, Alter. Wie gesagt, was jetzt ein bisschen anders ist, mein Dad hat auf jeden Fall die Uhr hier dran gemacht. Allgemein ein paar Sachen festgemacht, die Hebel anders eingestellt und so. Und den Lenker wie gesagt erhöht. Was hat er noch gemacht? Er hat allgemein wahrscheinlich nochmal geguckt. Alle Schrauben nachgezogen, noch ein bisschen Kette geschmiert und alles mögliche. Motor, Sitzbank. Wird er wahrscheinlich auch eine höhere dann bekommen. Also wir werden die auf jeden Fall behalten so. Aber der hat sich schon, glaube ich, eine... Star Design, Alter. Dekor. Ja, Mann. Ich würde sagen, ich labert jetzt gar nicht mehr weiter drum herum. Und ihr wollt wahrscheinlich einfach nur einen heftigen Bike-Porn sehen, sag ich mal. Und ich werde die Maschine jetzt rausstellen und ein paar geil auch noch machen. Also viel Spaß beim Bike-Porn. Ja, Mann. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja Freunde, ihr habt jetzt gehört, wie sich die neue Maschine von dem Dead anhört. Die ist neu, aber gebraucht. Auf jeden Fall war es auch schon jetzt mit dem Video hier. Mal wieder endlich was anderes, was abwechslungsreicheres und ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ihr gerne ein Like da und kommentiert natürlich auch unter dem Video, wie ihr die Maschine, wie ihr das neue Modocross in meinem Dead findet. Ja genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Dienstag einfach wieder. Achso, was ich auch noch sagen wollte. Irgendwann werde ich mit der Maschine auffahren, dann würde dazu ein Video kommen. Also freut euch. Also, bis dann Freunde. Ciao! Wow! Is delicious. Bis dann! 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 Bis dann!